Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sagt man. Man sagt, Schönheit kommt von innen. Aber Männer, die sich in sich verstecken und Frauen, die fast verrecken, das geht klar? Geht das klar, dass die Menschen sich so kaputt machen, dass man sich tagelang scheiße fühlt? Dass Frauen meinen, sich ungeschminkt, unwohl zu fühlen? Warum tut man sich das an, in einer Welt, in der man echt sein kann? Klar ist es okay, sich mal scheiße zu fühlen. Aber sich tagelang unwohl zu fühlen? Wohin kommt man damit entgegen? Sich nur unnötig mit komplexen Zungen geben? Wohin kommt man damit?